Meine Söhne Elian und Jona malen heute Stitch von Walt Disney. Angefangen hat Elian, er ist inzwischen ein kleiner Walt Profi. Er hat als erstes die Leinwand mit Blau übermalt, denn wie ihr wisst, macht er immer am liebsten seine eigene Interpretationen. Dann hat er eine gelbe und rote Acrylfarbe geschüttelt und so ganz tolle Texturen im Hintergrund gemacht. Natürlich wollte er dann mit den Händen auch besondere Details machen. Mit zwei Pinsel hat er dann so Punkte gemacht und mit Acrylspray noch ein paar Übergänge. Mit Gelb hat er dann noch eine Schicht drauf gemalt. Und dann hat er seine eigene Interpretation von Stitch gemalt. Um ehrlich zu sein, sah es überhaupt nicht so aus. Aber das Wichtigste ist, dass er sich kreativ befaltet und Freude daran hat. Dann hat er noch mit Sun die Konturierung der Figur gemacht. Und dann mit ganz viel Freude hat er verschiedene Acrylfarben geschüttelt. Mit dem Pinsel hat er dann noch ein paar Details gemacht. Und zu guter Letzt hat er mit Goldblatt ein paar Stellen im Hintergrund zum Leuchten gebracht. Dann hat er noch das Bild unterschrieben und im nächsten Video ist Jona dran.